Was leistet die STEOP, um die Einstiegsphase für Studierende ins TFM-Studium zu erleichtern? Naja, also ich glaube einige, es ist schon benannt, wenn man das ausspricht, was STEOP abkürzt, also die Studieneingangs- und Orientierungsphase. Also das ist wirklich die Phase, die einen da sozusagen abholt. In unserem Fall ist es eine Phase mit einer sehr hohen Lernkurve, also eine sehr schwierige Phase. Viele sagen, die STEOP hat ein schreckliches Gesicht, aber ich würde sagen, sie hat ein Gesicht. Also es ist sozusagen, unsere Studieneingangs- und Orientierungsphase ist eine sehr strukturierte, ein Set an Lehrveranstaltungen, wo Studierende sehr klar wissen, was zu tun ist. Sie kriegen sehr viele Anleitungen und es ist noch sozusagen, es ist wirklich ein Zwischenraum zwischen Schule und Universität, würde ich sagen. Wobei natürlich im Vordergrund steht, das, was Universität ausmacht, zu lernen. Ja, also es gibt natürlich verschiedene Weisen, die die STEOP zu unterrichten. Ich kann jetzt eigentlich nur wirklich kompetent über die STEOP sprechen, die ich selbst wiederholt unterrichtet habe. Und ich habe es da als nützlich empfunden, von folgender Idee auszugehen. Nämlich, dass die STEOP so eine Art Vorspeisenplatte sein soll zum eigentlichen Hauptgericht des Studiums. Und eine Vorspeisenplatte enthält ja in der Regel ganz verschiedene kleine Häppchen aus verschiedenen Gebieten, auf verschiedene Weise zubereitet. Und so habe ich immer versucht, die STEOP zu strukturieren. Das heißt, man hat zehn Sitzungen, zehn Vorlesungen und ich habe versucht, in jeder Vorlesung immer ein anderes Thema aus der theoretischen Philosophie, meinem Bereich, immer ein anderes Thema anzusprechen, so dass jede der Vorlesungen dieser zehn auf eigenen Füßen stand und nicht eine Vorlesung, es war nicht so, dass eine Vorlesung hat eine andere vorausgesetzt und habe mich immer versucht, in jeder dieser zehn Vorlesungen darauf einzulassen, was ist genau dieses Thema, warum ist das Thema wichtig und wo steht eigentlich heutzutage ganz grob umrissen die Forschung bezüglich dieser Fragen. Also zum Beispiel sowas wie, was ist eine sprachliche Beleidigung? Wie funktionieren sprachliche Beleidigungen? Oder können wir überhaupt irgendetwas wissen? Oder was ist eigentlich die Gesellschaft? Also solche, oder was heißt es überhaupt, einer sprachlichen Regel zu folgen? Das sind so Fragen, die ich in diesen verschiedenen Vorlesungen verfolgt habe, immer mit dieser Idee, das ist jetzt noch nicht das Hauptgericht, es macht auch nichts, wenn einem ein Häppchen mal zu schwer verdaulich erscheint, dann nimmt man halt in der Prüfung ein anderes, aber so, dass man einen ersten Überblick über das Thema gewinnt, anhand dieser verschiedenen kleinen Hordeuvers aus diesen verschiedenen Bereichen der Philosophie. Bei der STEOP, glaube ich, ist das Wichtigste, dass man tatsächlich als Studierender herausfinden kann, ob das Fach für einen gemacht ist. Und es ist interessant, und ich unterrichte seit Jahren, jedes Semester eines STEOP-Lehrveranstaltungen, es ist interessant zu sehen, wie vielfältig der Hintergrund von Studierenden ist, die da vor einem sitzen. Und deswegen ist es die allererste Aufgabe der STEOP, diese verschiedenen Hintergründe einmal zu harmonisieren. Und auch wieder in meinem Fach ist das natürlich besonders eklatant in der Informatik. Da gibt es Leute, für jedes Thema gibt es da Leute, die viel besser Bescheid wissen als ich. Aber sie haben eben nicht diese breite Übersicht über das, was das Fach denn bedeutet. Und andererseits sind auch Leute da, die zum Beispiel noch nie etwas von Dualzahlen gehört haben, denen ich mit 0 und 1 erstmal erklären muss, wie man eine Zahl aufschreibt. Und die einzufangen und auf ein gemeinsames Niveau mal von Anfang an zu heben, das ist sicher mal die allererste Aufgabe, die eine STEOP bringen muss. Denn dann kann ein Gespräch beginnen mit den Studierenden, ein Gespräch über die Vielfalt von interessanten Themen, die es da zu entdecken gibt, und wie man die gemeinsam erobern kann. Und das Ganze funktioniert im Wesentlichen, indem zwischen den Teilnehmern dieses Gesprächs Energie fließt. Indem man einfach schafft, Leute zu motivieren, auch wieder die Lehrenden, die Studierenden und die Studierenden, die Lehrenden, dass wir gemeinsam in diesem Gespräch vorankommen und die Vielfalt von so einem Fach, die man auch nur ahnen kann am Anfang natürlich, zu entdecken versuchen. Aber du hast ganz lange auch die STEOP unterrichtet. Was würdest du meinen, was macht die STEOP aus? Also ich denke, das wirklich Interessante an diesem Format STEOP ist, dass das so ein sehr facettenreiches Unterstützungssystem auch ist. Einerseits, wie du das jetzt auf den Punkt gebracht hast, es ist sozusagen eine Phase der Herausforderung, das braucht man auch nicht schönreden, das ist glaube ich ganz klar. Andererseits gibt es wirklich ein vielschichtiges System an Unterstützungsmöglichkeiten, die dieses STEOP anbietet. Und das reicht vom Angebot von Tutorien zum Angebot zum Mentoring. Tutorium, das bedeutet sozusagen eine inhaltliche Unterstützung durch Tutorinnen, Tutoren. Das sind Studierende, die oftmals in einem weiter fortgeschrittenen Semester sind und die eben Erstsemestrige an der Hand nehmen und begleiten und inhaltlich betreuen. Während das Mentoring-Programm ist eher so ein soziales Rahmenprogramm, wo es auch so was stattfinden kann, zum Beispiel wie eine Stadtführung durch Wien für Personen, die aus den Bundesländern beispielsweise an die Uni kommen oder wir haben sehr viele deutsche Studierende oder überhaupt Studierende aus Europa oder aus der Welt, die hier auch an der Hand genommen werden und denen überhaupt auch gezeigt wird, wie sieht diese Universitätsstadt Wien aus. Und ich denke doch, also wenn ich mich an meine Studienerfahrung erinnere, ist das insofern extrem hilfreich, weil es einem dieses Ankommen in einer fremden Stadt und in einem fremden oder neuen Lernsystem immens erleichtert. Also für mich war es schwierig, allein mich durchzufragen und den Weg zur Uni-Bibliothek zu finden und so etwas zum Beispiel, da ist man wirklich bei uns in das Team wunderbar aufgehoben und hat einfach Unterstützung. Ja, das heißt dieses Team- und Peergroup-Setting ist ganz wesentlich. Also auch die Vorlesungen finden ja alle in Team-Settings statt, also wo jeweils drei Lehrende gemeinsam die Vorlesung gestalten und somit die Studierenden auch unterschiedliche Perspektiven kennenlernen, die aber immer auch im Dialog miteinander stehen. Und dann dieses Peergroup-Learning mit den Studierenden. Also einerseits fachlich in den Tutorien und andererseits sozial sozusagen in diesem Mentoring-Programm. Genau, absolut. Und natürlich profitieren die Studierenden der STEOP auch von diesem Austausch der Lehrenden, die ja sozusagen auch mit kritischem Blick die jeweiligen Lehrstrategien evaluieren und sich da gegenseitig natürlich auch austauschen, was ist das beste Format, um Inhalte an Studierenden zu vermitteln. Und das ist natürlich etwas, was auch die Qualität sozusagen, die das STEOP von allen Seiten sichert oder im Auge behält. Was leistet die STEOP, also die Studien-Eingangs- und Orientierungsphase ihrer Meinung nach, um den Einstieg in das Studentinnenleben, die Universität organisatorisch zu unterstützen? Es ist, glaube ich, günstig, mit wenigen Lehrveranstaltungen ins Studium zu starten. Man ist mit weniger verschiedenen Persönlichkeiten konfrontiert und STEOP-Lehrende können auch gut nutzen, die Studierenden, die Studienbeginner in das Studium einzuführen. Das heißt, sie auch vertraut zu machen mit der Organisation des Studienbetriebes beispielsweise oder auch mit Prüfungsanmeldungen, Prüfungsvorbereitungen und dergleichen. Also es ist eigentlich ein bisschen was, so ein Best-of-TFM, unsere STEOP, oder? Ja, total. Man kriegt so Highlights, also auch die Schlüsseltexte kriegt man präsentiert in der Einführung. Man kriegt aber auch tolles Anwendungswissen, man schnuppert hinein in die Aufführungsanalyse, in die Filmanalyse. Und es ist, man hat sechs Lehrende, die einen dann das ganze Studium begleiten und dieses Set an Unterstützungssystemen. Also ja, Best-of-TFM gleich am Anfang. Best-of-TFM ist, glaube ich, ein super Stichwort. Was die STEOP nicht ist, ist ein Grundkurs in die Theater-, Film- und Medienwissenschaft. Also man darf sich als Student, Studentin nicht erwarten, dass man wirklich sämtliche Konzepte, Theorien, Schulen etc. hier vorpräsentiert, vorgekaut, wollte ich sagen, geliefert bekommt, sondern es ist wirklich, es ist ausschnitthaft, es ist exemplarisch, Best-of, insofern fasst es gut zusammen. Es sind einfach so, ja, die wichtigsten Konzepte, die einen dann im Studium begleiten werden. Das heißt, man lernt an Modellen modellhaft, wie das Studium der Theaterfilm- und Medienwissenschaft geht. Also diese Einübung auch in die Texte. Genau. Ich bin selber Lehrender in der STEOP, mache jedes Semester das sogenannte Propedeutikum für die Studierenden der Kultur- und Sozialanthropologie. Und das ist eigentlich eine Lehrveranstaltung, die ich sehr gerne mache, weil es immer spannend und herausfordernd ist, sozusagen eine neue Generation von Studierenden im Fach zu sozialisieren. Und ich glaube, der wichtigste Begriff ist ohnehin in der Bezeichnung schon enthalten, das ist die Orientierung. Es geht um Orientierung im Fach, also den Studierenden zu vermitteln, womit sie zu rechnen haben, wenn sie ein bestimmtes Fach, beispielsweise die Kultur- und Sozialanthropologie, zu studieren wollen. Das ist der eine Punkt, wo es um die fachlichen Perspektiven geht, um die fachlichen Inhalte, mit welchen Zusammenhängen beschäftigt sich ein bestimmtes Fach, was kann man erweiten, über welchen Bereich man etwas lernt. Der andere Punkt ist, dass es eine Orientierung braucht in den akademischen Strukturen. Was bedeutet es überhaupt, an einer Universität zu studieren? Wie sind die Studien aufgebaut? Was gibt das Curriculum vor? Und wie organisiert man am besten den Weg durchs Studium? Das ist ein wichtiger Anteil von dem, was meines Erachtens da vermittelt werden muss. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, was kann ich erweiten, wenn ich ein bestimmtes Studium absolviert habe? Was sind die konkreten Berufsaussichten? Was sind die Möglichkeiten, nach einem Bachelorstudium weiter zu studieren? Und wohin führt mich ein solches Studium, wenn ich es erfolgreich absolviert habe? Ich habe das Gefühl, dass wir nicht gerade zu tun sind, in den Zeitungen ein Entfernen von der jede Art und Weiseальной Kass 550 und Höfkorten, die in der Zeitung sind, also die Kasskappen und die Kasskappen und die Kasskappen oder die Prennungsgebäude und die Kasskappen. Also, das ist ein Schauspieler. Das ist Kass, was ich nicht so gut gemacht habe. Ich habe das Gefühl, dass ich es sichergestellt hat, macht, dass ich da gerade an dieses Bild hinein. Vielen Dank.